Auf diese Folge freue ich mich ganz besonders, denn heute habe ich Johannes Rasch, einen der Gründer von Scaling Champions, im Interview. Die IT-Unternehmerinnen und Unternehmern dabei helfen, ihr Unternehmen erfolgreich zu skalieren. Und das tun sie seit über acht Jahren verdammt erfolgreich mit einem Team von 20 Mitarbeitern. Und umso mehr habe ich mich gefreut, dass sich Johannes die Zeit genommen hat, dieses Interview mit mir zu machen. Denn tatsächlich muss ich gestehen, dass es glaube ich das Interview war, wo ich am meisten selber mitgeschrieben habe. Und insofern freue dich auf eine unglaublich coole Folge. Hör dir das Interview unbedingt bis zum Ende an. Ich kann dir nur sagen, es lohnt sich. Man muss das vorstellen, ich habe es gerade Johannes schon vorher gesagt, ich habe einen Kunden von ihm auf Mallorca getroffen. Und das ist ja immer so, ich habe es als Aufhänger genommen, wir sind irgendwie den Berg hochgesprintet, mehr oder weniger. Er hat sozusagen ein gutes Tempo vorgelegt und meinte so, ja, da war ich Kunde. Und ich nur, ja, nächste Woche mache ich ein Interview mit ihm. Und ich so, ah, jetzt kann das ja spannend werden, ne? Also mal gucken, was er sagt. Und er war, die Augen leuchteten, ne? Und er meinte, Robert, freu dich drauf, ne? Wir sind total begeistert von der Zusammenarbeit mit Scaling Champions und Johannes. Und ich so, ja, erzähl mal ein bisschen was, was treiben die da so hinter den Kulissen? Jetzt will ich auch ein bisschen was von der Magie bekommen. Und er meinte, nö, das musst du, das musst du selbst aus Johannes rauszählen. Und ich so, danke für den Cliffhanger, ne? Umso mehr und cooler, dass du heute hier bist, Johannes, und wir ein bisschen über Scaling Champions und auch dich als Unternehmer sprechen können. Und ich würde sagen, wir starten vielleicht damit, so ein bisschen hinter den Kulissen zu erzählen, was sie bei Scaling Champions tut, damit ich da anknüpfen kann an meine Wanderung auf Mallorca. Ja, sehr gut, sehr gut. Also ich sage immer, wir arbeiten bei Scaling Champions nur mit IT-Unternehmern zusammen, IT-Unternehmerinnen natürlich auch, die Systemhäuser haben, Dienstleistungsunternehmen oder manchmal wirklich eine SaaS-Firma. Und was wir mit denen machen, ist eigentlich denen dabei zu helfen, ein System aufzubauen, was ohne die funktioniert. Ich sage immer, die meisten, die kommen immer zu uns und sagen, ey, wir brauchen mal eine wiederholbare Lead-Generierung oder wir brauchen, wir wollen jetzt mal aus unserer Dienstleistung in ein Produkt kommen oder wir wollen mal ein Prozess und ein System aufbauen, was skalierbar ist. Und da sage ich immer, ey, cool, machen wir. Aber am Ende gehen eigentlich alle mit der Idee und setzen sie auch um, dass dieses System irgendwann mal ohne sie funktioniert. Cool. Und das ist etwas, was wir mit einem kleinen Team machen. Wir sind so 20 Leute und machen das eigentlich seit acht Jahren nur das eine. Immer mit IT-Unternehmen, immer wieder das Gleiche und immer wieder fokussiert. Und ich glaube, mittlerweile sind es so 150 IT-Unternehmen pro Jahr, die so neu dazukommen. Und ich glaube, so 400 im Bestand, mit denen wir kontinuierlich arbeiten. Cool. Das ist ja, das hört sich zu gut an, um wahr zu sein. Weil ich glaube, dieses acht Jahre, perfekt, dass wir das gleich zerplatzen lassen. Dieses wirklich acht Jahre etwas zu tun und richtig gut in Sachen zu werden, habe ich das Gefühl, ist selten in dieser Welt geworden. Also shiny object, glaube ich, kann man sich selbst wahrscheinlich immer nicht so freisprechen von. So, oh, das, was die machen, sieht gut aus, das, was die was machen. Kannst du sagen, das hört sich ja auch sehr cool an, dass ihr da eine perfekte Nische für euch gefunden habt. Na, wie ist es entstanden vor acht Jahren? Frag nicht nach Sonnenschein. Also wir haben vorhin im Vorgespräch ja schon mal kurz besprochen. Du kommst aus der Beratung. Ich war auch in der Beratung. Ich war dann in der IT-Beratung. Ja. Und bin dann da irgendwann rausgegangen. Und wir haben dann eigentlich erst mal Consulting gemacht und haben Go-To-Markets gemacht mit IT-Unternehmen, aber auch mit Maschinenbauern und verschiedensten. Ja. Und es hat echt super gut funktioniert. Wir haben fettes Geld verdient. Es hat klasse funktioniert. Wir waren damals schon so fünf, sechs Leute. Ja. Und wir haben, das war eigentlich Bombe. Ich habe dann auch so, es ging dann immer besser. Man wird ja, dann geht ja aus dem Angestelltenverhältnis raus, um einfach endlich mal frei zu sein, unabhängig, nicht mehr so viel zu arbeiten. Und dann findest du dich wieder in 80 Stunden, Wochen, machst auf einmal Sales. Das ist aufgegangen. Sales, Geschäftsführer, Marketing, Produktverantwortlicher und bester Consultant in einer Person. Ja. Und jetzt hast du mich ja gefragt, wie kann es sein, dass man acht Jahre auf dem Thema bleibt? Und ich werde ganz oft so gefragt, Johannes, wie kann das denn sein, dass das so läuft? Oder du hast jetzt den Dominik erlebt. Ja. Wir haben ganz viele, die so berichten. Und ich glaube, das, was so ein bisschen bei uns den Twist gegeben hat, war bei mir 2018. Ich rede da heute sehr offen drüber, weil ich das wichtig finde, mit solchen Dingen umzugehen. Bei mir ist was Krasses passiert. Es war im Winter 2018, vor Weihnachten. Ich habe auf Führungskräften gestanden, habe einen Workshop gehalten. So immer ein Buch schlauer als der Kunde. Also es kamen ganz viele Themen und du hast immer irgendwas eingesammelt. Und dann, also du kennst das, ja, du bereitst dich irgendwie drauf vor, ballerst das irgendwie zusammen. Und denkst dir, gut, fährst du hin, stehst du früh um fünf auf, machst das noch fertig. Genau so sah mein Leben aus. Und dann stand ich da vor der Bühne und da kam so ein, ich habe es mir an den Hals gegriffen und da war so ein Huckel. Und der Huckel wurde über die nächsten Wochen größer. Und irgendwann bin ich dann zum Arzt und die meinten dann, er ist nicht irgendein Huckel, Herr Rasch, sie haben Lymphdrüsenkrebs. Und zwar im Endstadium. Wie alt warst du da? 25. Holy shit. Und mir hat meine Freundin eine Woche später einen Schwangerschaftstest hingelegt. Jo. In dieser, also in dieser Konglomerat war auf einmal so, die Ärztin meinte da zu mir, Herr Rasch, bisher sind sie so mit 200 kmh auf der linken Spur mit Lichttube gefahren. Und ab jetzt steigen sie in unser Auto und wir fahren in unserer Geschwindigkeit. Und sie hat gesagt, ab jetzt wird nicht gearbeitet, sechs Monate Chemotherapie und wir gehen das jetzt an. Holy shit. Und guck, das Krasse war in dem Moment, da habe ich nicht gedacht, oh, gucken wir mal, ob wir das überleben, ja, sondern, oh fuck, was wird mir der Firma, weil wir waren gerade so am abheben, ja. Und berechtigte Gedanke an dieser Stelle. Ja, aber Alter, ich glaube, das ist die Realität von ganz vielen, die rennen vor die Wand und denken sich, scheiße, ich gehe in die Insolvenz. Morgen habe ich eine wichtige Präsentation. Auf jeden Fall so. Und da habe ich einfach für mich erst das erste Mal so richtig festgestellt, boah, Alter, was machst du denn hier? Das ist ja voll, also Gaga, ne? Ja. Und ich habe, also ich erzähle das heute sehr offen, das ist natürlich eine krasse Geschichte. Es hat aber mit mir und mit dem, was wir heute machen, ganz viel zu tun, denn ich glaube, bei mir war das so der Schuss vor den Bug, den ich einfach brauchte. Und ich habe heute, das klingt echt für viele ganz strange, war das so einer der ganz glücklichen Fügungen in meinem Leben, weil ich einfach was gelernt habe mit ganz jungen Alter, was viele erst mit Mitte 50 oder Ende 50 lernen, nämlich, dass das Leben endlich ist. Und dass du, dass ich mache keine Kompromisse. Also, du hast mich vorhin gefragt, wie kommt das, dass wir das eine machen? Ja, wir machen das eine oder nichts. Und du wirst halt durch sowas sehr kompromisslos, wenn du dich fragst. Und cool, dass du das auch reframed hast, ne? Also, zu sagen, hey, es war ein Geschenk für mich, so früh das schon zu erleben, dass es endlich ist. Weil so Geschichten links und rechts habe ich auch gehört, wo Leute so Mitte 50 dann mit einem Schlaganfall im Büro einfach umkippen, ne? Und ich denke mir so, fuck, da will man nicht dazugehören. Und am Ende ist es eigentlich das, was wir heute machen, ja? Ich glaube, dass wir so ein bisschen positiv schockieren auch unsere Kunden. Ja. Dass wir denen manchmal auch der kleine Schuss vor den Bug sind, den sie jetzt nicht durch eine Krankheit kriegen müssen. Und ich muss immer sagen, das klingt jetzt pathetisch, aber wenn wir das schaffen, bei ein paar Kunden das hinzubekommen, und ich kenne jetzt mittlerweile schon einige, ja, die den Schuss vor den Bug bekommen, ohne krank zu werden oder ohne eine Beziehung in den Sand zu setzen oder ohne, dass die Kinder nichts mehr von einem wissen wollen, ja? Dann hat das irgendwie einen Sinn, so, das Ganze. Und, also, das ist bei mir, also, ziemlich, glaube ich, entscheidend dazu, dass wir so spitzfokussiert sind. Und dann habe ich in diesem Prozess etwas gemacht, was, ich habe eigentlich, ich bin mir so klar geworden, also, was ist eigentlich dieser, ich hatte sehr viel Zeit zum Reflektieren. Ja. Und ich habe mir dann gesagt, so, was ist eigentlich das, was mich so stresst? Und dieses Stress ist, den Leuten was zu verkaufen, was man eigentlich noch nicht ist. Mhm. Und ein Buch schlauer, das ist genau das Problem, so, wie willst du denn exzellent sein, wenn du immer hinterher rennst? Und dieses hinterher rennst, ey, und das ist die Katastrophe. Und deswegen haben wir gesagt, Alter, wir müssen es eigentlich anders machen. Und da ist bei uns dieses Prinzip, eat your own dog food entstanden. Also, das, was wir anderen erzählen, das müssen wir erst mal für uns selbst umsetzen. Und das ist hart, weil IT-Unternehmer echt fitte Unternehmer sind und, ne, auch viele Dinge schon können. Und wir haben halt gesagt, wir müssen besser werden, wir müssen viel besser werden. Sie müssen von uns lernen, wir müssen die Dinge erst selbst verstehen und dann können wir sie quasi vermitteln und machen mit anderen. Und dieses Ding, der Schuster hat die schlechtesten Schuhe, das ist, finde ich, richtiger Bullshit, weil man da quasi vor sich selbst eingesteht, dass man sich selbst um sich selbst nicht kümmert, aber um die anderen, ja. Und deswegen haben wir das, glaube ich, für uns verankert und haben gesagt, ey, wir müssen das selbst für uns umsetzen. Und das ist ein harter Weg, der ist mit ganz vielen Rückschlägen, mit ganz viel auf die Fresse bekommen. Aber der hat uns auch dahin gebracht, wo wir heute stehen. Ja. Oh, da sind zwei Sachen, die ich gleich, wo ich in die Tiefe reingehen will. Aber wir starten mit dem ersten. Ja. So, ja, obwohl, ich nehme lieber das. Ich packe die Kunden noch ein bisschen nach hinten. Ja. Wie kriegt ihr das hin, sozusagen, zum Beispiel, ich hatte auch in den letzten Wochen, bin ich so zu den Basics, in Anführungszeichen, zurückgegangen. So was wie nochmal, ganz einfach, sich sein eigenes LinkedIn-Profil anzugucken. Und auch wieder Begeisterung dafür zu finden, so zu überlegen, wie könnte man es nochmal komplett radikal anders machen. Ja. Wie würde man vielleicht mit dem Wissensstand von heute rangehen. Ja. Und ich war so erschrocken, was man nach irgendwie ein, zwei Jahren nochmal sozusagen entdeckt, wie viel weiter man ist. Ja. Aber was ich selbst gemerkt habe, ist diese unternehmerische, so dieses Problem, dass man bei so Sachen, die man gedanklich durchschaut hat, schwierig wieder diese Begeisterung findet. Ja. Und ich kann mir vorstellen, ihr müsst ja auch über die acht Jahre, wahrscheinlich, ihr erfindet ja auch nicht jedes Mal neue Schritte. Aber ihr müsst ja in den Sachen sozusagen, wenn, was weiß ich, ChatGBT von der Seite kommt, müsst ihr ja, was weiß ich, so einen Prozess haben, eigentlich so, wir gucken uns heute mal Positionierung an, wie vielleicht ChatGBT da reinspielen könnte. Und trotzdem wieder eine Begeisterung dafür finden, wir gucken uns heute das mal an. Ja. Habt ihr das in den Prozess bekommen sozusagen, oder wie macht ihr sowas? Also ich glaube, das ist eine unternehmerische Aufgabe. Okay. Ähm, 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 ich, kennst du die Dopaminfalle? Ja, dass man sozusagen in so endlichen Dopaminhub sozusagen, ja. Also ich glaube, das ist so eine totale Unternehmerkrankheit, dass du so denkst, so, du suchst immer nach dem neuen heißen Scheiß, ja, und hast mehr Ideen, als du eigentlich umsetzen kannst. Und durch diese ganzen Ideen, die du losstößt, überforderst du dich eigentlich selbst, weil du so viele Dinge auf dem Tisch hast, die du nicht umgesetzt bekommst. Willkommen in meiner Welt. Robert, das wirst du von anderen vielleicht mal gehört haben, ja? Uns beiden geht es natürlich nicht. Kenn ich überhaupt nicht. Nein, Quatsch. Nein, also, also Robert und ich sind davon frei, ja, aber bei anderen Unternehmern soll das so sein. Andere Freunde haben erzählt, ja. Also, das heißt, ne, und wenn man das irgendwann mal entdeckt, dass man das ja offensichtlich hat, dann ist, hab ich mal irgendwann, ich hab einen sehr guten Sparringspartner, Nico bei mir, der ist so, der Konterpart zu mir, Struktur, ist der perfekte Manager und strukturiert, ja. Und der sagt immer, hm, Johannes, wenn wir das neue jetzt dazunehmen, ja, was nehmen wir denn dann weg vom Tisch? Und damit kriegt er mich, und damit kriegt er mich immer. Und aber was ich dazu, ich gelernt hab, ist zu sagen, ich hab früher oft dann im Außen gesucht, was kann ich denn jetzt Neues, Heißes machen? Und ich hab einfach gelernt, ich hatte da auch meine Ausflüge und hab da ganz viele Sachen ausprobiert, Immobilien und so. Und ich hab dann immer gemerkt, so, das war meine Erkenntnis für mich, Alter, ich hab hier dieses Team, das sind absolut kranke Menschen, die sind so stark, ich liebe die über alles, ja. Die sind wirklich, das ist unglaublich. Und auch die Kunden, du hast jetzt einen kennengelernt, ich hab, wir haben davon Hunderte, die sind alle so krass drauf und keine Arschlöcher, so. Warum soll ich jetzt woanders nach irgendwie meinem Glück suchen, wenn es doch vor den Füßen liegt? Und da hab ich so mir gedacht, und da haben wir uns gedacht, eigentlich geht's auch darum, irgendwie das, was wir da machen, diese eine Sache einfach immer krasser zu machen. Und wirklich Einflüsse von außen zu nehmen und sich immer zu überlegen, boah, wie sieht das eigentlich in 10 Jahren aus? Wie würde man das jetzt, was wir heute machen, in 10 Jahren machen? Wie würde man das, was wir heute machen, mit künstlicher Intelligenz machen? Natürlich fragen wir uns das und wir haben dann vielleicht einen Prozess für uns etabliert, dass wir uns dann immer gleich 10, 15 Kunden schnappen. Ah, cool. Und das dann einfach machen mit denen. Wir nehmen dann die dann in eine Gruppe und dann rennen wir los mit denen und bauen das mit denen und produktisieren das dann wieder zusammen. Also da gibt's so ein paar Dopamin-Kunden, die für sowas offen sind. Exakt. Und ich renne natürlich mit der Fackel vorne weg und sage, da ist vorne. Let's go, Leute. Und alle sagen sich, oh, endlich ist Ruhe in dem Laden. Könnt ihr darum gehen? Das ist so schön, dass du es sagst, weil ich hab das Gefühl, ja, es ist so gefährlich, die Leute auch immer wieder für neue Ideen anzuzünden. Während so Basics, die viel wichtiger sind, noch nicht sitzen. Und ich glaube sozusagen, so neue Technologien dann auf die Basics anzuwenden. Also ich hab zum Beispiel diese Woche hab ich einfach ein bisschen mit ChatGPT rumgespielt und hab so einen Positionierungsflow. Also wie würde ich sozusagen mich selbst positionieren mit ChatGPT. Und war auch so verrückt krass. Man nimmt so ein Thema, worauf keiner Bock hat und guckt einfach mal, was AI da daraus machen kann. Und da haben auch zahlreiche Kunden irgendwie direkt geschrieben, Robert, das ist ja crazy shit und geil, dass man nochmal so ein Basis-Thema damit besuchen kann. Und das ist cool von euch zu hören, dann, was weiß ich, so eine kleine Beta-Gruppe sich zu schnappen und zu sagen, Attacke, wir probieren das mal und machen es besser. Und wenn es dann gut ausgeht, wahrscheinlich wird es implementiert bei euch in der Zusammenarbeit. Genau, genau, genau. Und wir nehmen die Kunden auch relativ stark mit. Wir haben eine Community, wo wir dann untereinander die Erfahrung teilen und dann ganz oft andere gibt, die sagen, okay, nächste Gruppe will ich mit dabei sein. Ah, da kommen die nächsten Dopaminjäger. So ist es. Und sag mal so, IT-Unternehmer, so links und rechts mal mit so einem IT-Software-Unternehmen zu tun gehabt. Was sind so deren Challenges? Mit was kommen die zu euch? Was sind so die gängigen? Ich würde sagen, was wirklich so ein absoluter Klassiker ist, ist genau die Mischung zwischen, wir haben zu wenig Fachkräfte oder wir müssen endlich mal eine wiederholbare Kundengewinnung aufbauen. Ich glaube, das sind so die absoluten Klassiker. Und dann sind schon manche und sagen, wir müssen, glaube ich, jetzt einfach mehr Mitarbeiter und mehr Kunden zu gewinnen. Das ist so das typische Ding. Ich habe ja vorhin so ein bisschen von meiner Phase erzählt, als ich da mal sehr viel Pause hatte. Und ich habe damals mit Wunschkunden gesprochen und die haben mir genau das gesagt. Die haben gesagt, ich brauche mehr Mitarbeiter und mehr Kunden und dann geht es uns super. Und dann habe ich mit denen gesprochen, die das hatten. Und ich sage mal so, super ging es dir nicht. Also die waren noch bestresster und waren noch mehr im Eimer. Und dann gibt es also schon ein paar, die haben auch verstanden, ey, warte mal, jetzt einfach mehr Leute und mehr Kunden, also mehr Leute einzustellen, bedeutet auch, dass das Rad immer schneller rennen muss. Wir haben auch immer Verpflichtungen, mehr Sales zu machen. Einfach mehr Sales zu machen bedeutet auch, dass Qualität sinkt. So gibt es ja nicht noch einen anderen Weg. Und wir haben tatsächlich auch Kunden, die machen den gleichen Umsatz wie vorher mit uns und haben aber weniger Leute zum Beispiel, weil sie sagen, ey, wir konzentrieren uns auf die, die wirklich halt mitziehen und fokussieren darauf. Wir haben auch welche, die sagen, wir wachsen gar nicht in Mitarbeitern und Umsatz, sondern wir erzeugen einfach effizientere Prozesse und schaffen uns mehr finanzielle und zeitliche Freiheit dadurch. Deswegen, also die Leute kommen schon mit so Gedanken in Richtung Skalierung und haben aber oft nicht so eine konkrete Vorstellung, wie kann denn das eigentlich bei uns aussehen. Und ich glaube, das ist so ein Teil unseres Prozesses, dass wir sagen, okay, Skalierung ist halt nicht dieser Bullshit, den man auch oft auf LinkedIn hört. Und einfach mehr Leute und mehr Kunden, mehr Kunden und mehr Mitarbeiter reinzuhauen, allen von allem mehr, manchmal ist es sogar weniger und ein Fokus, Reduzierung, Komplexität rausnehmen. Und ich erlebe da eine hohe Erleichterung bei den Leuten, weil die sagen, Alter, das ist irgendwie das, was mich auch so oft stresst, diese hohe Komplexität bei unserem System, diese Abhängigkeit von Einzelnen, die, überall sind Ressourcenmangel. Und das ist halt, das ist halt schon ein Thema so, also kannst du es reduzieren auf zu wenig Fachkräfte, nicht so einen wiederholbaren Weg gefundenen Leads und Kunden zu generieren und dann oft so diese. So ein bisschen die Komplexität rausnehmen aus dem Gesamtgeschäftsmodell. Komplexität im Angebot, in den Prozessen zu reduzieren, ja. Also wir schmeißen, wir haben, bei uns ist das ganz oft der Fall, dass wir tatsächlich mit Kunden Portfolioelemente von ihnen verkaufen. Ja, ach krass. Wir können schon einen richtigen Bazar aufmachen, ja, also da hat dann, wer will nochmal, wer hat noch nicht. 40 Kunden in dem Segment und 30 in dem und 100 in dem, ja. Und da kannst du überall eine eigene Firma draus machen und das einfach zu reduzieren und zu fokussieren, hilft oft, es einfacher zu machen. Was sind denn so gängige, da bin ich tatsächlich komplett so blank, was sind denn im IT-Umfeld so standardisierte Services, die heute noch irgendwie lukrativ sind, die sich lohnen? Ja, also da gibt es ganz vieles, ne. Ich glaube, im Microsoft-Umfeld knallt es gerade ganz gut. Also im Microsoft-Umfeld, da gibt es gerade, da schreibt Microsoft, es gibt da Power-Apps. Also das heißt sozusagen, ah, okay, so MS365. Genau, genau, genau. Da kannst du einfach sehr geile Geschäftsmodelle aufbauen. Kannst mittlerweile eigene Apps bauen. Du kannst da auf dem Umfeld wirklich gut standardisierte Services bauen. Du kannst, heutzutage musst du gar nicht mehr deine eigene Software haben. Es gibt so gute Software von fremden. Du setzt dich auf die Tools sozusagen drauf. Genau, genau. Du nutzt dieses Tool als ein Halbzeug, nennen wir das immer, ja. Ein Halbzeug, was du einfach nutzt, um darauf customizt Services zu bauen, wie du Dinge einführst, wie du Leute ausbildest. Du nutzt es auch dafür, dann darauf vielleicht auch eigene Apps für sich zu bauen. Cool. Und als Agentur zum Beispiel ist halt immer noch ganz viel Musik drin, finde ich, wenn du dich fokussierst auf ganz bestimmte Use Cases. Also ich finde immer so eine SEO-Agentur ist echt schwierig. Das ist immer Zerstörung von Mensch und Material, was da stattfindet. Aber ich glaube, du musst einen gewissen Fokus reinbekommen, dass du es auf gewisse Branchen fokussierst oder auf Use Cases spezialisierst. Wenn du da so allgemein unterwegs bist, das ist immer eine einzelne Zerstörung. Also das ist, glaube ich, so ein Ding, was ich einfach mitgeben kann. Viele wollen irgendwie die Welt erobern und wollen gleich alles für alle anbieten. Das ist heute wie gestern einfach immer noch der Weg in die absolute Überforderung und Komplexität. Und da ist wirklich, sage ich ganz konkret, ein Thema rauszunehmen und mit dem Spitz erstmal einen Markt zu dominieren, ist das Ding, was am besten funktioniert. Ja, bin ich auch. Also tatsächlich habe ich diese Gedanken immer wieder so in meinem Kopf, weil ich das Gefühl habe, dass wir in unserem Fall mit LinkedIn-Marketing und so ganz gut aufgestellt sind. Das ist ganz witzig. Die Leute denken immer so, ja, Robert ist irgendwie dieser LinkedIn-Typ. Aber ich merke jetzt auch immer mehr die Gedanken, so es zu kreuzen mit einer spezifischen Zielgruppe, weil es natürlich irgendwie was anderes ist, einen Schwertransporter zu verkaufen über LinkedIn, als natürlich eine Dienstleistung, weil es sich auch bei uns so rauskristallisiert, dass die Dienstleister eigentlich oder auch ein Stück weit Gründer sozusagen, die eine coole Dienstleistung haben. Das ist, was man gut hebeln kann. Und es ist so schön, dass du das sagst, weil ich glaube, die Leute wirklich immer mit so einem Schleppnetz irgendwie unterwegs sind, so wir machen alles und dadurch dann irgendwie niemanden davon überzeugen oder auch begeistern. Johannes, jetzt bin ich ein bisschen heiß. Ich komme jetzt mit meiner IT-Bude, die ist so ein bisschen historisch gewachsen. Ich habe den Bauchladen überall offene Tabs. Die Kunden rufen mich ständig an, dass ich weiß nicht, ob Server noch heute ausfallen, ob das noch ein Thema ist. Kannst du uns mal exemplarisch, weil ich dieses Bild auch mit dieser Gipfeleroberung sozusagen so cool finde, kannst du uns mal durch eine exemplarische Zusammenarbeit mit euch führen, wie sowas abläuft? Oh, warte, da war dein Mikro kurz weg. Habe ich dich gemutet oder so? Nee, das war ich, sorry. Bin ich mit meinem kleinen Finger reingekommen. Also wir gucken uns am Anfang sehr stark an, ob das zueinander passt. Das ist cool, dass du damit startest. Ja, natürlich. Also ich renne es ja nicht auf den Berg rauf mit irgendwelchen Leuten, wo du denkst, Alter, da will ich jetzt nicht meine Zeit mit verbringen. Also wir haben ungefähr so 30 Leute, die sich in der Woche bei uns melden über verschiedenste Kanäle. Und wir starten aber nur mit zwölfen im Monat. Das siehst du also, da gibt es eine, das ist ein Zehntel. Ja, und wir machen das ganz bewusst, weil wir A nicht mehr wollen und zum anderen das auch, das sind irgendwie auch dann die, die echt gut menschlich zu uns passen. Du hast jetzt ja ein paar davon erlebt. Also das heißt, das ist das Erste, was wir uns angucken. Und zum ersten Schritt ist es sicherlich für uns, dass es einfach einen klaren Weg gibt. Was, glaube ich, der Hauptteil unserer Aufgabe ist, ist erstmal Klarheit zu schaffen. Ja. Bevor man also mit uns loslegt, gibt es erstmal eine Session, wo wir Klarheit schaffen. Es gibt oft ganz viele Baustellen, die auf dem Tisch liegen, an denen man arbeitet. Und da einen Fokus reinzubringen und zu sagen, ey, guck mal, neben eurem Tagesgeschäft, wie viel Zeit habt ihr denn da eigentlich noch? Und das sind manchmal vier Stunden, ja. Und wenn wir jetzt vier Stunden nutzen, um alles zu machen, haben wir keine Chance, hier vorwärts zu kommen. Also haben wir so ein paar Wege, um erstmal Zeit runter zu bekommen. Wir haben Werkzeuge, ein paar Methoden, um einfach, dass du vielleicht auf acht Stunden die Woche kommst, dass du mal so einen Tag die Woche hast, um an dem Thema fokussiert zu arbeiten. Und wir dann auch eine ganz klare Fokussierung und so einen ganz klaren Plan reinbekommen. Und dann steht eigentlich für jeden so ein individuelles Gipfelbild. Und es ist also nicht immer die gleiche Reihenfolge, in der wir vorgehen, sondern es gibt schon, es gibt so wie Module, in denen wir vorgehen. Und das sinnvoll zu kombinieren in der richtigen Reihenfolge, ist, glaube ich, einer der Hauptaufgaben, die wir tun, weil dann auch ein klarer Weg reinkommt, was muss sinnvoll in welcher Reihenfolge kombiniert werden. Aber ganz oft ist es eben so, dass wir tatsächlich damit anfangen zu gucken, Spezialisierung und Positionierung. Also wie können wir schon im Input, der reinkommt, eigentlich Komplexität rausnehmen und auch nach außen Klarheit erzeugen. Das heißt, wir gucken uns sehr stark an, mit wem haben wir bisher gearbeitet, was sind denn eigentlich die Portfolio-Elemente. Da können wir jetzt sehr in die Tiefe gehen, wie wir rausfinden, wo eigentlich der Kern des Ganzen liegt und wie man das auch nach draußen bringt. Ich kann schon mal so weit sagen, dass wir große Freunde sind, das direkt mit echten Kunden zu tun. Das heißt also, wir nehmen uns die Kunden der Kunden und beziehen die von Anfang an mit in den Prozess mit ein und sorgen dafür einfach auch für eine Spiegelfläche, die wir dann nach außen nutzen können. Weil dadurch hast du so ein paar Vorteile, dass du einfach auch für danach direkt Kunden hast, mit denen du losstarten kannst. Und dann gehen wir im Zweifelsfall, Ups, da, warte, jetzt bist du kurz weg. Da ist er. Und dann gehen wir im nächsten Schritt in der Regel hin und gucken uns mal an, wie sieht denn jetzt eigentlich die gesamte Kundenreise aus? Also wie läuft so ein Kunde durchs gesamte Unternehmen? Und dann gibt es oft so ein paar Pain-Points, wo es immer die Engpässe entstehen. Und genau an denen gucken wir uns das an. Und das ist dann so ein bisschen unterschiedlich. Manchmal gucken wir uns dann wirklich Lead-Generierung an. Wir haben also, keine Ahnung, so 80 Taktiken, wie man in der IT-Branche Leads generiert. Cool. Wir sind da sehr agnostisch unterwegs und haben für die verschiedenen Themen externe und interne Experten, die wir mit dazuziehen. Cool. Und nehmen dann meistens aber nur eine oder zwei Taktiken, die wir dann aber mit voller Kraft fokussieren. Mhm. Und dann gibt es meistens noch ein zweites Thema, was wir so in neun Monaten bearbeiten. Und wir machen auch nicht zu viel gleichzeitig. Wir haben ja ein paar Jahre Zeit zusammen. Ist es darauf ausgerichtet, wenn ich da einhaken darf, zu sagen, wirklich, keine Ahnung, drei bis fünf Jahre arbeiten. Also es ist erst mal, wir haben schon neun Monate intensiv an einem Thema mal arbeiten und das wirklich konkret hinbekommen. Das ist dann sowas wie wiederholbare Kundengewinnung. Das ist aber auch manchmal ein standardisiertes Angebot zu bauen. Mhm. Und dann gehen wir meistens, sagen wir schon, das Thema, was wir jetzt gerade gelöst haben, dafür braucht ihr uns dann nicht mehr. Das kriegt ihr jetzt alleine hin. Und dann nehmen wir uns den nächsten Part miteinander vor. Cool. Und das ist, ja, auf jeden Fall auf einen längeren Weg angelegt, weil ich auch glaube, dass alles andere auch falsche Versprechen sind. Da kriegst du nicht in neun Monaten ein ganzes Unternehmen in allen Aspekten komplett getreten. Das sind Wahrheiten, die ... Du sagst, übers Wochenende wird man nicht reich. So ist das. Ja. Sorry. Ja, tut mir leid, Leute. So sehe ich das halt. Jeder, der das mal, ne, so eine wiederholbare Kundengewinnung aufgebaut hat, die wirklich robust funktioniert, mit einem wiederholbaren Sales, mit geilen Skript. Alter, das ist echt anspruchsvoll. Und da brauchst du halt mal auch ... Wir nehmen uns so neun Monate halt für so einen Prozess. Und das geht viel schneller, das aufzubauen. Aber es wirklich so zu implementieren, dass das zur Routine tagtäglich wird, dass man es verbessert, das dauert einen Schritt. So, und dann machen wir das, bauen das auf miteinander. Wir haben natürlich viele Templates, Vorlagen, die man direkt nutzen kann, dass man so bei 80 Prozent anfängt. Und das halt wir miteinander customisen. Und wir nehmen uns dann sechs Monate, um es im Alltag zu beobachten, zu verbessern. Also drei Monate bauen, sechs Monate verbessern. Wo sich viele wundern und sagen, hey, na, wenn man es einmal eingeführt hat, läuft es doch. Nee, das kannst du vergessen. Ja, wir kennen genau die Zyklen. Nach drei Monaten eingeführt, dann sind alle begeistert, ungefähr so zwei, drei Monate. Und dann ist genau der Punkt, wo du da sein musst, um sagen musst, so, und jetzt nicht wieder ein altes Muster verfallen, sondern, ja, jetzt die nächste Stufe rausbauen. Und das begleiten wir und sitzen dann wirklich auch in Meetings mit dabei. Begleiten, dass das wirklich danach ohne uns funktioniert. Ja. Und deswegen haben es dann halt wirklich, ich will, dass die Leute danach sagen, wir haben ein System gebaut. Nicht Scaling Champions hat uns irgendwas gebaut oder so, sondern wir haben das für uns gebaut. Und wir hatten sicherlich Hilfe. Und wir hatten sicherlich mal ein paar Vorlagen und Templates und Strukturen. Aber ich will, dass das deren Baby ist, weißt du, und nicht unseres. Und das ist einfach wichtig, weil es danach auch so weiter gepflegt wird. Ja. Und genau. Und das ist halt mir immer wichtig, dass die Leute danach eine Perspektive haben, auch einen klaren Weg, wie sie das jetzt weiterentwickeln. Und dann haben wir natürlich auch Formate, wie wir dann, du kommst dann als Unternehmer, wir arbeiten dann in kleinen Gruppen weiter an der weiteren Skalierung. Ja. Voll cool. Weil ich habe das Gefühl, das Schöne ist, Johannes, an dem Thema auch so, dass man ja in der digitalen Welt so alles Mögliche hört. Die Leute versprechen einem ja wirklich mittlerweile die verrücktesten Sachen. Ach, echt? Vielleicht schon mal so eine Werbeanzeige gesehen. Noch nie. Und das Coole ist halt das, was du auch heute im Interview sagst, dass am Ende, ich glaube, auch die Ehrlichkeit unglaublich wehrt. Also, dass die Leute, glaube ich, selbst, wenn sie dann drauf gucken, dann doch merken, dass das länger als drei Monate alles dauert. Ja. Dass man dann auch diese Handgriffe, was du gerade so schön gesagt hast, ey Leute, drei Monate begeistert, perfekt. Aber jetzt sackt die Kiste nicht wieder ab, sondern deshalb sind wir jetzt wieder da. Und wenn man die Klarheit, glaube ich, hat und jemand, so ein Profi wie euch an der Seite, ist, glaube ich, das Coolste, was man macht. Also, Robert, ich sage dir ganz offen, das ist bei uns so, dass die Leute, die zu uns kommen, die sind jetzt nicht so, dass die sagen, ach krass, man kann online Leads generieren, man kann online Werbung schalten, das ist ja interessant. Ach, man kann skalieren, das ist ja interessant, ja. Sondern die sind alle schon mal, auf Deutsch gesagt, auf die Fresse geflogen mit irgendwas. Haben dort 30.000 Euro versenkt, dort 50.000 Euro. Und ich stelle denen immer die Frage, also wir machen doch jetzt nicht das Gleiche nochmal, was dir da schon mal nicht geklappt hat. Also, es muss ja jetzt irgendwas fundamental anders laufen. Und jetzt lasst uns mal vielleicht, also, ich verstehe, dass man gerne diese leichten Versprechen gerne glauben möchte, aber, ja, lasst uns mal ehrlich sein. Es dürfen auch in dieser Zeit Sachen hart sein. So ist es? Ja, das ist, glaube ich, selten geworden, dass dir auch noch jemand sagt, dass es irgendwie anstrengender Weg wird. Ich glaube, dass die Leute Ehrlichkeit wollen und deswegen geben wir ihnen auch. Ich glaube, ich bin irgendwann mal, ich war in Amerika bei irgendeiner Online-Marketing-Konferenz und da hat Frank Kern, das ist ja so ein Urgestein in der Szene, ist aufgetreten. Und er sagt, in Werbeanzeigen hat er eine Zeit gesagt, ja, ich glaube nicht, dass das, was wir machen und wenn wir zusammenarbeiten, was für dich ist, weil wahrscheinlich setzt du es nicht um und insofern melde ich gar nicht erst. Und er meinte, dieser radikal-ehrliche Ansatz hat irgendwie dafür gesorgt, dass wirklich richtig coole Leute sich gemeldet haben und das man auch ein bisschen beweisen wollte. Ich habe das Gefühl, in Zeiten dieser verrückten Versprechen darf man auch mal in die andere Richtung gehen und ein bisschen klarere Worte sozusagen wählen. Auf jeden Fall, würde ich auch sagen. Wie kriegt ihr das hin? Also, was ich cool finde mit diesen Gedanken, dass ihr die zwölf nehmt, die am besten zu euch passen. Das ist, glaube ich, unglaublich schön für jede Zusammenarbeit, auch wenn es menschlich passt, macht halt alles irgendwie leichter. Nehmen euch die Leuten, die sozusagen die nicht passen, nehmen die euch das übel oder habt ihr da irgendwie einen charmanten Weg gefunden, den zu sagen so, du bist leider nicht weiter, heute gibt es keine Rose für dich. Mal ganz offen, wir quatschen ja so, wie uns der Mund gewachsen ist und ich hatte, es gab schon auch, mein Juni hat das übel genommen, ich hatte zum Beispiel mal einen gehabt, wir haben miteinander eine Session gemacht, die mache ich gar nicht mehr so oft, so zum ersten Kennenlernen und dann kam mein Sohn im Mann reingelaufen ins Bild, weil der irgendwas von mir wollte. Ja. Und da meinte der Typ dann, er war dann wieder raus, er meinte, es ist schon unprofessionell, dass dein Kind reinläuft, dann habe ich gesagt, Digger, das ist aber meine Realität so, ich bin eben nicht nur Unternehmer, sondern eben auch Vater, ja, und jetzt weißt du ja, wie meine Geschichte ist, ne, alter, für mich ist das echt was wert, ne, dass ich da eine gute Beziehung habe und da habe ich gesagt, alter, das tut mir leid, so ist das nun mal und das ist irgendwie auch ein Teil der Wahrheit, dass das mal was passieren kann und dass es uns jetzt hier nicht geht, um die perfekte Show zu machen, sondern das ist halt das Leben, ja, und da habe ich gesagt, aber, ne, wir sind ja hier im Professionell-Umfeld, da habe ich gesagt, ey, sorry, Alter, wir sind nicht die Richtigen füreinander, das wird nicht, das wird nicht auf dieser Ebene funktionieren, ne, weil wir anders ticken, so, wir, für mich ist das einfach total okay, wenn hier mal ein Kind reinkommt, ne, und mal ein paar Fragen stellt und dann wieder rausgeht, weil das bei unseren Kunden ganz oft passiert, ne, ich kenne ganz viele Kinder von meinen Kunden, ja, so, ähm, aber, so, das ist halt irgendwie ein Teil dessen, aber den meisten sage ich einfach, ey, Leute, das ist gerade nicht der richtige Moment, das zu tun, ihr seid eure, eure Grund, also, ihr seid gerade auf einem Level, wo ihr euer Geld dafür ausgeben solltet, die nächsten Mitarbeiter reinzuholen und ihr kommt mit dem, was ihr da gerade macht, gut unterwegs, ihr braucht uns jetzt hier gerade nicht und es gibt aber auch Leute, ähm, wo ich einfach sage, du, ich glaube, ihr wollt das nicht, ne, ganz ehrlich, das ist so, auch manchmal, die wollen dieses Thema, wasch mich, aber mach mich bitte nicht nass, das gibt es bei uns nicht, das, keine Chance und das sage ich den Leuten auch, dass, ähm, man kann nicht hoffen, dass sich irgendwas radikal verändert, aber zu sagen, ich bin übrigens schon am Ende meines Lateins, äh, ich weiß alles, ja, das wird nicht funktionieren, also von daher, ich würde ihnen das schon, ich sage denen das ganz ehrlich und ich habe ganz viele, die super dankbar sind, die eben sagen, ey, cool, dass du das sagst, so, dass das jetzt nicht der richtige Moment ist oder dass wir das vielleicht in einem Jahr miteinander machen oder das, ich empfehle oft ganz oft andere, ne, weil es nur ein ganz spezifisches Thema ist, kann das manchmal andere besser. Ja, das ist so cool, dass du das sagst, ich freue mich, dass du dir heute wirklich die Zeit nimmst, weil ich habe das Gefühl, so, so ehrlich an das Thema ranzugehen, habe ich es wirklich in keiner Form jemals gehört, ne, ich glaube, die meisten, die freuen sich, wenn sich mal Leute irgendwie melden und wenn man den nächsten Kunden irgendwie Auftrag bekommt, ja, aber das so ein bisschen umzudrehen und glaube ich auch durch, wie du gesagt hast, durch diese krasse Geschichte, die du erlebt hast, wird man, glaube ich, ehrlich zu sich selbst und sowas mit den Kindern, ich weiß noch, wie dieses Video viral gegangen ist, wo irgendwie so ein Nachrichtenmoderator da zu Hause saß und seine Kinder da irgendwie mit einer Hand irgendwie aus dem Raum treiben wollte und ich dachte mir so, wie konnte sowas passieren, also, Ja, verstehst du, dem ist das peinlich, dass dein Kind reinkommt, also, verstehst du, das ist doch, das ist doch nicht, ey, du gehst doch auch, wenn dieses scheiß Zoom-Meeting ist, gehst du doch raus und gehst wieder zu deinem Kind, so, und dann muss ich doch fragen, macht man was vor, Ja, wer willst du denn da sein, ne, also, wie erklärst du es deinem Kind, du, ich liebe dich zwar, aber jetzt gerade im Team-Meeting, das war mir echt unangenehm, dass du da, verstehst du, das ist was für mich, nicht in eine Welt so, also, das check ich nicht. Ja, ich hatte das witzigerweise, irgendwie vor ein, zwei Wochen habe ich ein Live-Training gegeben, komplett kalte Leute, ne, irgendwie 100 Leute waren dabei und dann Rio, mein Hund, kratzt so an der Tür von außen, ne, und ich meinte, ey, zwei Minuten mal kurz Pause, ich muss meinen Hund reinlassen, der hat Lust, gewesen und hätte so gesagt, boah, ich kann euch jetzt irgendwie nicht unprofessionell handeln und sozusagen den da reinlassen, ne, und hätte mich nicht gewundert, wenn der eine oder andere gedacht hätte, hä, der hat einfach zwei Minuten Pause gemacht, damit sein Hund in den Raum kann, was ist denn mit ihm los, ne, aber dann hast du genau diesen Filter, ne, du weißt, in der Zusammenarbeit willst du dir gar nicht vorstellen, wie die Leute dann drauf sind, ja, und deshalb finde ich cool, dass du das so spielst. Also, und Robert, ganz ehrlich, das ist, glaube ich, unsere Prägung, oder, das ist, was du in Unternehmensberatung und so erlebst, ist halt oft Dienstleister-Gedanke, ne, bei allem, sie müssten eigentlich ein Berater sein, sind die eigentlich ein Mädchen für alles, genau, und, und wie willst du denn, also, wer will sich denn begleiten, beraten und auf den Weg hochführen lassen, ja, wenn einer die ganze Zeit rumkuscht, ja, sondern, ich finde es wichtig zu sagen, ey, guck mal, das will ich und das will ich nicht, das kann ich und das kann ich nicht und damit ehrlich zu sein und ich sage dir auch, Robert, das ist natürlich ein Weg, wir sind da über einen langen Prozess hingekommen und ich habe natürlich irgendwie bei mir diesen kleinen, unfairen Vorteil, dass ich sehr kompromisslos geworden bin, was meine Lebenszeit angeht und ich gebe das natürlich irgendwie auch in unserem Team weiter und bilde die Leute darin aus, für sich einzustehen und das, was ihnen wichtig ist, aber das ist ein Prozess, ich glaube auch nicht, dass das eine Haltung ist, die du hast, wenn du gerade anfängst, sondern, wenn du das einfach schon ein bisschen machst, ne. Ey, das ist witzig, dass du das sagst, weil ich habe das Gefühl, ich weiß noch, ganz am Anfang, war erster Aufträge so als Marketingberater, ne, mit einem Freund zusammengetan, der hatte eine Agentur, irgendwie so Autohaus oder so, ne, und der Typ gegenüber war einfach wirklich letzter Arsch, ne, und ich meine so, zu dem Kumpel sozusagen mit der Agentur, ja, auf keinen Fall machen wir das, ne, ich sag ab, ne, ich so, Robert, du kannst doch nicht absagen, ich habe noch nie im Leben einen Kunden abgesagt, ich so, ich arbeite doch nicht mit so einem Arsch zusammen, ne, der kann mich auch mit Geld beschmeißen, aber dafür ist mir meine Lebenszeit doch viel zu wertvoll, ja, und für wen war das auch so ein Shift, weil am Ende hat er abgesagt, also der Kumpel mit der Agentur und meinte, Robert, danke, ne, also habe ich mir in meinem Leben noch nie getraut, einem Kunden abzusagen, ne, ich dachte mir, wenn er mich schon bei einem Meeting irgendwie total herablassen behandelt, ne, dann wird das doch in der Zusammenarbeit ja noch ekliger, ne, natürlich, und dann was du überlegst, was du für Ärger in dein Leben und in dein Unternehmen reinlässt, ne, ja, ey, das ist so eine schöne Botschaft, ich habe das Gefühl, ich hoffe, Johannes, dass mein Podcast ein bisschen dafür sorgt, dass deine Botschaft und das, was du sagst, ein bisschen weiter auch außerhalb der IT-Branche sozusagen, sozusagen, weil ich habe bis heute das wirklich von viel zu wenig Leuten gehört, so ein bisschen diesen Mentalitätsschiff zu sagen und zu sagen, hey, was ist mir meine Zeit und was mir meine, mein Leben eigentlich wert und nicht höher, schneller und weiter und zu sagen, was weiß ich, bin gut an einem guten Level von Umsatz und jetzt geht es eigentlich darum, ey, coolere Kunden vielleicht zu bekommen, ne, auf Zeit zu optimieren und vielleicht auf Gewinn zu optimieren, weil witzigerweise bin ich genau in diesem Spagat und ich habe das Gefühl, auch im letzten Jahr oder so sind wir auf ein Level gefahren, wo ich dachte so, alles noch cool, ne, und gerade mit einem Kumpel gesprochen, der hat so eine große Recruiting-Agentur aufgebaut mit irgendwie über 50 Leuten und er meinte, Robert, so zwei, drei Millionen Umsatz im Jahr, ne, mit so 10, 15 Leuten, das ist der Sweet Spot, geh nicht weiter, danach sozusagen, es ist eine Falle, ne, du kennst da noch alle, hast eine gute Marge, hast gute Zeit, aber jetzt mit 50 Leuten, du kannst dir nicht vorstellen, wie mein Alltag irgendwie aussieht, ne, und ich habe das Gefühl, was du sagst, sind super gute Denkanstöße auch für mich, so zu überlegen, hey, es muss nicht immer mehr Umsatz sein, sondern zu überlegen, die Freiheit weiter zu fördern, Zeit zu optimieren und das, was man tut, richtig gut zu machen, ne, hey, cooler Appell, ne, wie sieht heute deine Rolle aus, was macht Johannes? Ich sage immer, ich bin der Hausmeister bei uns. außer weise Sprüche in Interviews von sich zu geben. Ne, ich bin der Hausmeister bei uns, ich räume auf. Dachte ich ja. Ja. Ne, also ich, ich glaube, ich bin so ein paar Funktionen unterwegs, ich bin einerseits unterwegs dabei, die Leute bei uns auszubilden und das heißt bei uns, das muss man irgendwie, also das klingt immer alles ein bisschen verrückt, aber wir haben für uns ja irgendwann auch beschlossen, wir wollen auch nicht mit Arschlöchtern zusammenarbeiten, auch in unserer Firma, ja, und bei uns ist halt, guck mal, wir führen ja die Unternehmer, Unternehmerinnen von echt, das sind echt krass fitte Leute, die sind meistens finanziell durch, die sind auf einem persönlichen Level, haben sich die krassesten Weiterbildungen reingezogen, ja, wenn du die guiden willst, musst du echt verdammt, verdammt geil sein. Ausgeschlafen sein. Ja, ja, und du musst auch in deiner persönlichen Entwicklung reif sein, sehr reif sein und das, was wir machen, ist wirklich auf einer persönlichen, also bei uns ist persönliche Entwicklung, das sagen ganz viele als Floskel, das ist bei uns Teil der Berufsbezeichnung, würde ich sagen, also das heißt, zu einem echt fundamentalen Bestandteil machen wir persönliche Entwicklungen unserer Leute, Coachings eins zu eins, in Gruppen, verschiedene Begleitungen parallel, wir fahren eine Woche, jetzt übernächste Woche, eine Woche mit allen, 20 Leuten in Haus, nach Mecklenburg-Pauern am See und machen Weiterbildung, persönliche Weiterbildung, ausschließlich persönlich, innerer Status, eigene Glaubenssätze. Krass. Und bei uns kennen auch die Leute voneinander oft die persönlichen Zielbilder, also wohin gehst du, was sind die Blockaden, die dich gerade aufhalten und ich weiß auch, wir wollen das gar nicht so riesig machen, es müssen nicht 100 Leute sein, wir sind jetzt 20 und das ist eine Größe vollkommen ausreichend. Und das ist etwas, was ich sehr aktiv mache als Coach, organisiere auch, dass das gut funktioniert, dass das, bin für viele Anspruchspartner, will auch so das Führungsteam sehr intensiv mit aus und ansonsten mache ich so Expeditionen, klassische Unternehmeraufgaben, ich kümmere mich darum, dass die, nur so eine Gruppe wie diese KI-Gruppe zum Beispiel, vorwärts läuft, ich kümmere mich darum, dass wir unser Angebot aufs nächste Level bringen, die nächste Stufe erreichen und ich kümmere mich natürlich auch um die Strategie, die Weiterentwicklung des Ganzen. Ja, halt coole Aufgaben. Ja, das ist so das, worauf ich mich fokussiere. Ich mache trotzdem auch immer mal so ein paar Gespräche mit neuen Kunden, die reinkommen, so jedes 15. ungefähr. Weil ich habe mich meine ganze Zeit nicht gemacht, das hat mir nicht gut getan, weil ich merke schon, dass ich das Ohr am Markt brauche. Ja. Es ist eine große Gefahr, ich erlebe das bei manchen Unternehmern, die sich so komplett rausgezogen haben, dass die dann so Dinge machen, die komplett fernab der Realität sind. Hört man von Freunden, ne? Nieder von Freunden, ferne Verwandte. Ja, und ich glaube, dass es sinnvoll ist, immer zu wissen, wo der Boden ist und da regelmäßig Gespräche zu machen und auch noch zu gucken, ah, guck mal, wir merken gerade, wir müssen die Message verändern, weil die gerade so nicht mehr läuft. Man kann immer quasi irgendwelchen Sales Leuten vorwerfen, dass sie nicht gut verkaufen können, aber ich finde auch, dass man es ja selbst erleben muss. Ah, okay, Message Market Field passt noch, ja, oder wo müssen wir nachsteuern? Das finde ich, musst du selbst tun, damit du dann auch gut führen kannst und radikale Schritte einleiten kannst. Ja, das ist auch ein cooler Prozess, weil witzigerweise ist mir, glaube ich, das in den letzten ein, zwei Jahren so ein bisschen passiert, dass man natürlich die Sachen, die man täglich als Unternehmer macht, irgendwann sehr weit weg sind von dem, was dein Kunde sozusagen hat. Ja. Und dann wirklich witzigerweise so eine Community zu LinkedIn-Marketing aufgemacht und einfach da mal ein paar Workshops gehalten, um zu gucken, wo die Leute so stehen und ich war so, da sind wir? Okay, krass. Und das hat mir so die Augen geöffnet, im positiven Sinne, weil ich dachte mir so, krass, ich fange viel weiter vorne eigentlich an und muss das viel besser sozusagen erklären. Ja. Und das ist cool, dass du das sozusagen implementiert hast, zu sagen, was weiß ich, jeden 15 Kunden höre ich mir mal an, guck mal, was wir sozusagen im Markt haben. Hast du das Gefühl, dass sich da was getan hat in den letzten zwei, drei Jahren, auch gerade mit diesem ganzen verrückten Zeug in der Welt oder sind die Probleme gleich geblieben? Ich glaube, sie sind gleich geblieben. Ich glaube, dass sie sich mit anderen Fokus umgeben und es sind immer Schwankungen und du musst halt immer als Unternehmer gucken, dass du deinen, so, wie sagt man so schön, Blue Ocean behältst und nicht anfängst, irgendwelchen Quatsch zu machen, wie Preise zu senken und irgendwelche, in irgendwelche Dumpingfallen reinzulatschen, sondern immer schön zu gucken, so, wo ist unser Markt, wie justieren wir den nach und das musst du als Unternehmer regelmäßig machen und ich erlebe halt ganz viele Unternehmen, Unternehmer, auch Unternehmerinnen, die das nicht tun und die sich dann wundern, dass die Mitarbeiter nicht so mitziehen. Also es ist oft echt ein Problem, dass da du als Unternehmer, Unternehmerin, deine Aufgaben nicht richtig wahrgenommen hast, weil du Tagesgeschäft hattest und so, aber das zu schaffen, sich da rauszuziehen und an diesen Themen zu arbeiten, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und dann lernt man bei uns sicherlich, wie man das tut, dass es eben eine gute Mischung ist, dass du das, was du da baust, so baust, dass du es gleich, das Team mit reinnimmst und dass du es immer wieder in einem kontinuierlichen Prozess machst, ja, und das ist etwas, was, was ich glaube, was immer noch Unternehmen heute umtreibt und die Dinge sind ein bisschen anders, sind ein bisschen andere Verpackungen, aber eigentlich hat sich nicht wirklich was dran verändert, finde ich. Ja, das ist spannend zu hören, weil ich glaube auch, wahrscheinlich gibt es so Trends oder so und ein bisschen so irgendwie Probleme, sind vielleicht andere, aber das fundamental die gleichen sind. Es war schon damals, Robert, ganz offen, ja, als auf einmal Fabriken entstanden sind und, ja, einzelne Produkte insgesamt mehr verfügbar waren, gab es auch schon eine Liberalisierung im Markt, wo wieder Spezialisierung, also wir, das sind eigentlich immer wieder die gleichen Dinge und die geraten manchmal in Vergessenheit, auch das ist was, was viele nicht sagen, ja, viele sagen, oh, wir haben jetzt das neue, shiny Ding, nee, es ist Bullshit, also es sind einfach ganz normale Dinge, wie du halt dich fokussierst, wie du spezialisierst, wie du es nach außen schreibst und du kannst Technologien nutzen, aber sie sind halt nur Technologien, am Ende geht es darum, diese Arbeit sauber durchzuziehen und sie trotz vollem Tagesgeschäft zu machen und ich glaube, das ist irgendwie der Kern dessen, was man tut und nicht mehr und nicht weniger. Ja, aber das hört sich cool an, weil ich habe das Gefühl, in diesen stürmischen Zeiten, in Anführungszeichen, wo man auch so überflutet ist mit Informationen, ist derjenige, der es schafft sozusagen, nicht abgelenkt zu werden und irgendwie die Scheuklappen aufzusetzen und sich zu überlegen, was ist wirklich fundamental wichtig und was nicht, der gewinnt in dem Markt. Also ich habe es mit meinem eigenen Telefon, ich habe mich witzigerweise hier beim Enduro fahren auf die Fresse gelegt damit, Handy kaputt und meine Frau sagt immer, Robert, du willst dich nicht mehr reparieren lassen und ich so, auf gar keinen Fall, ich will meine Bildschirmzeit gegen Null bekommen von diesen Dingen und insofern, umso unattraktiver das ist, desto besser und ich habe das Gefühl, dass man gefühlt auch vielen Menschen das beibringen muss, wie viel abgelenkt wir werden heute. Also ich habe das ja auch, ich habe das jetzt auch bei dir gesehen, du bist ja auch jetzt irgendwie auf dem Weg, wo du für dich auch die Reise ja auch echt für dich beschritten hast, oder? Zu sagen, dieses ganze Social-Media-Zeug, klar, es ist sinnvoll an manchen Stellen, aber du musst eben auch irgendwie achtsam mit dieser Zeit umgehen, die du da wohin steckst und also, wie hat sich das bei dir dargestellt? Jetzt drehen wir einfach das Interview mal um. Gerne. Es war wirklich dieses, glaube ich, wo sich auch jeder erwischt, keine Zeit zu haben. Die Aufgaben quillen irgendwie über und du sagst dir, dass du keine Zeit hast und ich finde gut, dass Apple das eingeführt hat, dass ich dann irgendwann abends drüber gestolpert bin über die Bildschirmzeit und da war einfach vier Stunden. Und ich so, vier Stunden, was mache ich denn da? Und dann in die Apps reingesprungen war und dann sowas da wie YouTube Studio war eine Stunde, die YouTube hinter den Kulissen App, wo du so siehst, was sich auf deinem YouTube-Kanal passiert. Und ich so, eine Stunde pro Tag gucke ich, was auf meinem YouTube-Channel für Zahlen sind. Und ich dachte mir, was ist los mit dir, Robert? Alles runtergeschmissen, Handy schwarz-weiß gemacht und plötzlich... Dopamin ist kicking, oder? Ey. Und ich kann auch sozusagen aus eigener, also Dopamin-Loops, wenn E-Mail gerade nicht da ist, dann guckst du kurz bei YouTube, ob da was passiert ist, dann guckst du bei LinkedIn und wenn du dann durch bist, fängst du wieder von vorne an. Und ich will nicht wissen, wenn man selbst darauf reinfällt, wie viele Leute in diesen Dopamin-Loops irgendwie drin sind und es nicht mehr schaffen, sich auf das zu konzentrieren, was wichtig ist. Krass, oder? Ey. Und das sind ja halt, auf der anderen Seite, sind das ja smarte Motherfucker, wenn man das so sagen darf. Also bei Facebook und bei LinkedIn, das sind ja alles Leute, die in Casinos gearbeitet haben. Also die wissen, wie man einsüchtig macht. und es wirklich zu schaffen, da stark zu bleiben, kämpfe ich heute noch regelmäßig mit. Also ich muss sagen, ich habe jetzt mittlerweile zwei kleine Kinder und das hat mir wirklich total geholfen, mit der Zeit auch achtsamer umzugehen. Ja. Die schaffen es bestimmt auch gut, ein bisschen Zeit einzufordern, oder? Du, also ich, das ist für mich jetzt so ein Ding, meine Freundin geht in Schichten arbeiten und ich hole dreimal die Woche die Kinder ab von der Kita. Cool. 15 Uhr. Jetzt gleich, nach unserem Call fahre ich ein Cool-Kita-Abbrück. Und weißt du, dann ist für mich, da gibt es gar keine zweite Meinung, so dann mache ich das eine. Und das gehört halt irgendwie zu dem Prozess auch dazu, dass man sich dann nochmal klar wird, was ist mir eigentlich wichtig und dafür auch wirklich zu kämpfen und zu sagen, ey guck mal, Skalierung, schön und gut, aber ich mache das nicht wegen der Kohle. Das ist ein nettes Beiwerk, ja. Aber ich will vor allem Zeit gewinnen, um hier nicht mehr so rumspringen zu müssen. Das ist so eine coole Botschaft, Johannes. Also ich glaube, wenn du irgendwann mal davon abrückst, nur noch diese eine Sache zu tun, will ich dich unbedingt mit diesem Interview ermutigen, mehr Leuten sozusagen diese Gedanken einzupflanzen. Weil ich habe das Gefühl, gerade viele Unternehmer und Unternehmerinnen sind noch so ein bisschen in diesem Mädchen für alles Gedanken, haben sich glaube ich auch Unternehmen historisch vielleicht aufgebaut, wo super viel Komplexität drin ist, wo der Cashflow vielleicht manche Monate nicht so stimmt, sodass man wieder Aufträge aufnehmen müssen, die zu Kopfschmerzen führen und dieses, was du sagst, sich selbst zu erlauben, keine Ahnung, heute um 15 Uhr ist Feierabend, ist nicht mal verhandelbar und dann irgendwann vielleicht auch selbst zu merken, ey, und irgendwie funktioniert das ja doch alles, also wirklich sich seinen eigenen Prioritäten irgendwie klar zu werben. Also Robert, ich habe eins gelernt in den letzten Jahren und ich mache diesen Prozess ja mit ganz vielen Unternehmern und Unternehmerinnen. Es gibt sicherlich Aspekte, wo man sagt, das System ist noch nicht geweiht, dass ich es abgeben kann. Ja, verdammte Scheiße. Aber meistens ist es die Person. Genau, dazu kommen wir gleich noch. Ja, verdammte Scheiße, wenn das System noch nicht bereit ist, dann setze alle deine Kraft darauf, das zu tun, dass es soweit ist. Das heißt, wenn nicht du, wer denn dann in der Hand? Ja? Also dann setze deine gesamte Kraft und mach nicht irgendwelches Tagesgeschäft, das ist sicherlich zu einem gewissen Teil sinnvoll, aber setze alle die Kraft darauf, dieses System zu bauen. Der viel größere Punkt ist, dass bei vielen, also ich habe Unternehmer, den habe ich 40 Stunden die Woche freigeräumt vom Tagesgeschäft. Die haben wirklich noch, haben die noch 5 Stunden die operativen Meetings gemacht und dann ansonsten nur noch Geld gezählt. Und die sind zum Teil die unglücklichsten Menschen, weil, das habe ich auch gelernt über den Prozess, wir haben da auch viele Fehler gemacht, weil. Stimmt, man muss so ein Level finden, wahrscheinlich. Genau, genau, genau. Auf einmal sitzt du nämlich, das ist der Reinhold Messner-Moment auf deinem scheiß Mount Everest, du guckst da runter, denkst dir, was ist eigentlich der nächste hohe Berg? Und ich finde es schon, also es ist wichtig, klar zu machen, wofür will ich die Zeit nutzen? Was ist eigentlich das, womit ich das machen will? Denn einfach nur Zeit frei zu haben ist, vielen geht da nämlich eines verloren, nämlich das Dopamin und das Gefühl, gebraucht zu werden. Deswegen sind sie doch Mädchen für alles, weil sie eben für ganz viele Sachen gebraucht werden. Und das zieht dich immer wieder da rein, dieses, du kriegst Status dafür, gebraucht zu werden, vorne zu stehen, ja, die Show zu machen. Eine Macht ist so oft negativ, aber einen Einfluss zu haben, was bewegen zu können, das macht deinen Status aus als Unternehmer, Unternehmerin. Und wenn dann auf einmal das alles weg ist, klar, du bist doch Gesellschaft, aber vor allem machen das Dinge anders, ja, du bist nicht mehr diesen Machtgefüge, dann wird das einsam und auf einmal fühlt sich das ganz komisch an. Und ich finde schon, dass man dann eine Lösung, muss man dafür was für haben, was man stattdessen macht. Neues Unternehmen aufbauen, ja, sich um andere Dinge zu kümmern, aber viele stehen sich da total selbst im Weg, wenn sie raus wollen aus dem Tagesgeschäft. Crazy, das ist schön zu hören, weil ich hatte, glaube ich, vor ein, zwei Jahren hatte ich genau dieses Problem, zu sehr rausgezogen, es hat auch ein Weilchen funktioniert, aber war so, ja, und was machst du jetzt? Und habe gemerkt, dass ich auch so ein bisschen meine Genius Zone einfach verlassen habe, dass zum Beispiel Sachen zu kreieren und so mir unglaublich viel Spaß macht, auch gerade hinsichtlich Content und Produkte bauen und so. Und jetzt aber auch genau das, was du sagst, immer wieder aufpassen musst, in diese Falle zu tappen, dass du dann wieder zu tief drin bist, dieser Sturm, dich wieder so irgendwie einsaugst und du wieder so bist, wie bin ich hier wieder gelandet? Ja, es ist wirklich eine Balance zu finden. Wenn wir hier auf der Zielgeraden sind, weil wir natürlich deine Kinder niemals warten lassen würden, müssen wir ein bisschen über Marketing reden. Was macht ihr da? Nicht so viel, aber das, was wir machen, glaube ich, ganz okay. Ja. Habt ihr was auf dem Zettel? Also habt ihr auf dem Zettel im Sinne Werbung schalten? Ja, wir haben das, würde ich sagen, ganz gut auf dem Zettel. Also ich kann dir jetzt nicht sagen, wie viel tausend Euro wir da im Monat ausgeben, aber es ist eine Menge. Wir gewinnen ganz viele unserer Leads über wirklich LinkedIn, die sich über ein White Paper anmelden und dann natürlich auch über den Prozess noch weiteren Content bekommen. Wir sind auch so ein Typen, die rufen jemanden an und sagen, ey, wie war es denn? Wie hat es dir denn gefallen? Und dann nicht sagen, ey, jetzt müssen wir mal ein Gespräch miteinander machen, sondern sagen, ey, ich habe hier mal noch eine Podcast-Folge für dich. Ich glaube, die könnte ganz geil sein. Also Leuten wirklich Sachen an die Hand zu geben, die ihnen was wertvoll sind. Und das heißt also, wir machen noch einen Podcast jede Woche, Scaling Champions Podcast, gibt es auf iTunes und Spotify. Und ansonsten, wir werden ganz oft auf irgendwelchen Vorträgen in irgendwelchen IT-Konferenzen eingehen. Das wissen viele nicht, weil wir natürlich ganz, wir müssen ja gar nicht die Weltbekanntesten, wir müssen eigentlich nur in der Branche. Und ich würde sagen, in der IT-Branche kennen uns mittlerweile schon ziemlich viele so. Und wir sind halt auf so ganz spezifischen Branchen-Events sind wir unterwegs, halten da Vorträge und machen auch immer Webinare. Aber ansonsten, das ist, glaube ich, die Kanäle, die wir miteinander tun. Das ist voll schön zu hören, weil auch da, glaube ich, zerreißen sich die Leute ja, so auf jeder Hochzeit. Oh Gott, jetzt gibt es TikTok. Jetzt muss ich auf TikTok unterwegs sein. Ja. Wahrscheinlich nicht. Und alle zu Clubhouse rüber und dann wieder zurück. Und wieder rüber. Wieder zum Nächsten. Also, ich verstehe, ich, mir ist das zu stressig. Ja. Ich will, ich will nicht sagen, dass wir faul sind, aber wir sind, glaube ich, sehr effizient. Wir wollen die Dinge einmal richtig machen und dann müssen sie wiederholbar laufen. Wir bauen zum Beispiel ein White Paper in drei Tagen, haben wir uns zusammengeschlossen. Sprint in Hamburg bei dir. Ja. Haben drei Tage zusammen gearbeitet, haben den Prozess dokumentiert und haben das danach rausgehauen. Ich weiß nicht, wir haben jetzt irgendwie den 5000. oder 4000. Geschäftsführer von einem IT-Unternehmen drüber gewonnen. so, also, ne? Das geht, wenn man das richtig, man muss gar nicht ganz viele Sachen machen. Ich glaube, also das ist auch was, was wir ganz oft machen. Bei uns kommen Kunden an, die haben irgendwie acht Lead-Kanäle und noch sehr und dann kommt immer mal einer in der Woche oder im Monat, ja? Über die acht, ne? Ja, und das ist halt Quatsch. So, dann mach einen und den machst du dann ordentlich und dann verstehst du den auch, statt überall so ein bisschen was zu machen. Und, ne? Also, dieses Thema, wer breit streut, der rutscht nicht aus. Das ist Bullshit. Das funktioniert im Investment, aber nicht in so einem kleinen Business. Hä, das ist so witzig, dass du das sagst, weil ich glaube, der Chefdesigner von Braun hat mal diese gute Quote, dieses gute Zitat gesagt, weniger, aber besser. Ja. Und ich habe auch das Gefühl, dass man so alles einmal eigentlich machen kann. Also, wir haben es auch gemacht. Wir haben am Ende auch ein White Paper, mehr oder weniger. Wir haben ein Webinar perfektioniert über die Jahre. Wir haben ein Programm in der Zusammenarbeit. Ja. Wir haben einen Kanal sozusagen mehr oder weniger gemeistert. Und ich habe das Gefühl, ja, dass da einfach zu wenig Dopamin drin ist. Wenn ich Kunden auch häufig sage, ja, du solltest das Webinar jetzt schon nochmal drei, vier Mal genau so halten, ist immer so, wie, da kann ich doch nicht mit dem gleichen Thema sozusagen um die Ecke kommen. Und ich so, doch, genau dann kriegt man nämlich Feedback und dann wird es auch irgendwann so gut, dass Leute am Ende gerne eine Anfrage stellen und mehr erfahren wollen. Und Robert, hier ist doch wieder die Frage, willst du einfach Dopamin haben auf Arbeit? Go for it. Oder hast du irgendwas anderes, was du erreichen willst? Dann ist das wahrscheinlich eher ein ungünstiges Verhalten. Wenn du nur einfach viel Dopamin haben willst auf Arbeit, dann go for it. Dann ist das doch der Weg. Hey, Johannes, ich wünschte, wir hätten doch zwei weitere Stunden. Wir können das doch nochmal machen. Ey, wir werden das auf jeden Fall nochmal machen. Das wäre mir eine absolute Ehre. Wenn ich jetzt mehr zu Scaling Champions und euch sozusagen erfahren will, wo gehe ich denn da am besten hin? Also geht auf jeden Fall nicht auf unsere Seite www.scaling-champions.com und auch nicht auf mein LinkedIn-Profil Johannes Rasch und dann auf keinen Fall einen Termin buchen bei uns, weil wir sind schon voll. Nein, also ihr könnt, ihr meldet euch einfach mal und wir gucken miteinander mal drauf und jeder, der sich da meldet, darf darauf gespannt sein, ehrliches Feedback zu bekommen, ob es passt oder was man getan werden muss und dann gucken wir mal miteinander. Vielen Dank dir für das sensationelle Interview. Vielen Dank, hat es Spaß gemacht. Geil.